Okay, also Milei, also ich habe ein neues Handy bekommen und ich hatte ja mein altes und Papa hat gesagt und Mama, dass ich es nicht verkaufen soll, weil du brauchst ja auch langsam eins. Also hier, dreh dich um. Du kriegst ein altes Handy. Pass auf! Hey, du musst aufpassen. Jetzt hat es dein Kratzer. Ja klar, du willst mich aber öffnen. Ich weiß aber, du hast einen Kratzer nicht. Ja. Willst du es, Handy? Ja. Willst du es? Ja. Ach, das ist ein neues Handy. Das war nicht dein altes. Dein altes sah ganz anders aus. Schau. Was denn? Das ist jetzt Armin's dein Handy. Ja, wie soll ich denn dein Code wissen? Ja, Armin, wie soll ich denn dein Code wissen? Milei, wie alt bist du? Sieben. Hat mir mit sieben schon dein iPhone 6? Nein. Fast! Ja, hab ich da schon los? Oh, jetzt wird es mir voll leid, Nibel. Aber du hast ja einen Tab, okay? Leid? Ja. Hör auf! Jetzt hat sie mein Handy deaktiviert. Aha. Du bist von dir. Ja, ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Kommt in. Ah, kannst du nur dein Handy gehen? Doch. Wie denn? Nach einer Minute. Nee, nach einer Minute bist du nicht mehr da. Dachtest du wirklich, dass ich... Nein, hab ich nicht gewusst. Doch, dachtest du am Anfang. Nein. Doch, sei ehrlich. Ich... Weil, Papa... Mama hat sie mir eh noch nicht erlaubt. Alles hätte ich eh noch nicht gewusst. Hätte ich eh gewusst. Schau. Aber du hast es am Anfang ein bisschen geglaubt. Nein. Doch. Nein. Nein, auch. Hatt ich nicht geglaubt. Bist du jetzt ein bisschen traurig? Nein. Ich mach das da jetzt hier kaputt. Ach, das ist jetzt kaputt. Hör auf. Nein, mach das jetzt kaputt. Also, Leute, das ist jetzt im Video. Erst hat sie schon ein bisschen geglaubt. Nein. Und dann hat sie mir leid gebraucht. Nein, ich hab gar nicht geglaubt. Klebt dieses Apfel hin. Nein, lass. Klebt den Apfel hin. Also, das war so die Video, Leute. Das wird natürlich meine. Im Lei kriegt noch keinen. Ja, schau. Tschau. Tschüss. Im Lei ist schon ein bisschen eingeschnappt. Ja. Das ist... So, meine Lieben. Ich prank jetzt den Jihan. Der hat ja so Angst vor Tieren und so. Also, so Käfer und alles. Den lege ich jetzt in sein Bett rein. Der ist gerade unten im Wohnzimmer. Normalerweise legt er sich gleich in sein Bett rein. Und ich verstecke das ein bisschen so unter der Bettdecke. Und stelle die Action Cam auf. Die ist relativ klein. Ich hoffe, die sieht er nicht. Schauen wir mal, ob es klappt. Die ist relativ klein. Oh, mein Gott. Willst du mich verarschen? Ist er echt? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Zerbring. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich habe mich richtig erschrocken. Ich schwöre. Ja, ich kenne den Jihan doch. Oh, mein Gott. Der liebt so Käfer und so Schneider und wie die alle heißen. Oh, kacke. Hat funktioniert. Oh, ich habe mich wirklich voller Schreck gerade. Ich schwöre. Alter. So, haben wir ihn mal wieder dran gekriegt, den Jihan. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott.